Nun gut, also ja, der iMac, der kam dann auch noch daher und ich mag ja den iMac. Ich hatte sehr lange, einer von meinen Top 3 Macs war auf jeden Fall mein iMac 27 Zoll von 2010. Den habe ich mir sehr hoch gespeckt, der war sehr lange Zeit, sehr, sehr gut. Der war saumäßig heiß, ist die ganze Zeit gelaufen, war einfach, aber ein super Gerät, tolles Display. Noch bevor Retina war, war dieses Display sehr gut. Gut, dann sind die Dinger nachgekommen mit den 27 Zoll Retina Displays, die einfach sehr gute Displays sind, die sehr gut zu macOS passen. Das habe ich mir das Ding einzeln gekauft als Studio Display, zu einem Preis, der einem iMac gut zugetan hätte. Richtig, richtig. Und der M1 iMac, der ist auch süß und der kommt halt nur in der einen kleinen Größe, 4,5K. Ich habe mir den mal im Laden in echt jetzt mal angeschaut. Und der 4,5K Bildschirm in dem kleinen iMac, der liegt tatsächlich, wie es die Zahl vermuten lässt, zwischen dem kleinen und dem großen iMac. Und du kannst den über die virtuelle Auflösung auch auf die Pixel von einem virtuellen Pixel von einem 27 Zoll 5K iMac bringen. Also du hast tatsächlich auf dem kleineren Bildschirm, wenn deine Augen das noch hergeben, tatsächlich auch den Platz wie auf einem 27er früher. Das haut schon hin. Es ist halt leider noch dieses eine Ding und der M1 war vielleicht auch so ein bisschen zu schwächlich dafür, wie teuer das Ding dann am Schluss war. Weil wenn du den M1 iMac dir zusammengestellt hast und da die richtigen Checkboxen geklickt hast, dann war der halt deutlich nördlich von 2000 Euro. Und jetzt kriegst du halt für das Geld dann den mit M3 drin. Und das ist schon auch cool, aber es ist halt komisch, dass der halt eine Generation übersprungen hat und dass er halt weiterhin einen sehr hohen Preis ansetzt. Und wir nicht wissen, ob da noch irgendwo ein Pro iMac lauert oder ob der Pro iMac heißt halt Studio plus Studio Display. Ja, oder der Pro iMac heißt halt 3000 Euro aufwärts. Ne, das sowieso. Das ist ja wirklich erst gegeben. Ja, weil das ist ja wirklich, also das ist halt das, der iMac ist ja wirklich, der ist schon nett geworden, der 24 Zoll iMac. Und jetzt mit dem M3, ich meine, ich finde es immer noch schade, dass es halt keine M3 Option gibt. Die würde natürlich den Preis auch nochmal weiter nach oben schrauben. Aber du hast halt überhaupt gar nicht die Option, das finde ich doch erstaunlich, muss ich sagen, dass sie sich das einfach gespart haben, das anzubieten. Und dann ist er halt insgesamt, ist er halt einfach so treuer, dass der Vergleich gerade zu sagen, du bist halt in der Preisregion, wo du halt ein 14 Zoll MacBook Pro bekommst, was natürlich ein kleineres Display unterm Strich hat, aber auch ein besseres Display. Da weiß ich nicht so recht, warum er dann am Fluss zum iMac greift. Ich verstehe schon, dass der natürlich einen anderen, ich bin ja selbst auch lang, also jetzt habe ich schon sehr lange keinen iMac mehr, aber hatte über viele Jahre immer einen iMac. Und weiß den iMac als All-in-One-Kiste schon durchaus zu schätzen, aber sie ergibt halt keinen so richtig Sinn, der ergibt es halt nicht. Vor allen Dingen haben sie ja nichts sonst an dem Rechner geändert, ne? Also dass der mal diesen neuen Prozessor bekommt, das ist ja schön. Also das ist ja schön und gut und das ist richtig die Option, wie gesagt, ich hätte auch sehr gerne gesehen zumindest, wie teuer das dann wird, aber auch ob diese Optionen möglich sind überhaupt. Sie haben ja nur den M3 Basic verschraubt, aber sie haben ansonsten nichts geändert an dem iMac. Und das ist natürlich, also ich meine, man diskutiert jetzt schon so nach so ein paar Jahren auf einem sehr anderen Niveau. Also beim M1 haben wir alle so mit der Kusshand genommen, ja, das war traumhaft, alles super schnell und so weiter und haben über viel hinweg gesehen. Und jetzt irgendwie so, die Anschlüsse könnte man nochmal überdenken und was ist jetzt eigentlich mit der Webcam und so. Also man wird schon kritischer. Da haben sie halt nichts dran gemacht. Und ja, also wie gesagt, ich sehe die Rechner als komplett unterschiedlich, aber wenn du auf den Preis guckst und du kannst mit beiden verschiedenen Computermodellen, Laptop und Standalone Desktop leben, dann ist der Vergleich sehr schwierig, würde ich sagen. Sie behalten ja sogar die Spielereien bei, dass gewisse Farbmodelle einfach nur in der höheren Konfiguration zu kaufen sind. Also da hat sich ja wirklich gar nichts ansonsten geändert. Und du kannst 16 GB RAM reinhauen und das würde ich halt auf jeden Fall empfehlen, aber da bist du halt definitiv bei 2000 oder über 2000 Euro. Ja, und du bekommst halt für den Preis, kannst du halt auch genau den Mac Mini, gerade den M2 Pro Mac Mini kaufen. Und selbst wenn dir dafür noch, ich meine, Tastatur und Maus musst du dir theoretisch auch dazukaufen, wenn du es nicht schon hast. Und ein Lightning-Kabel. Und natürlich ein Lightning-Kabel, um irgendwas zu laden. Aber wenn du dir dann Excel, wenn du dir halt nicht ein Studio-Display dazukaufst, was man natürlich machen kann, was den Preis dann in ganz andere Regionen bringt. Aber wenn du dir einfach ein, sagen wir mal, normales Display dazukaufst, dann... Du weißt, du musst es einfach nur, der Trick ist ja, du musst die eine Anschaffung in einem anderen Jahr tun als die andere Anschaffung. Und dann ist es vergessen. Also Alex, Anschaffungsdix und Kalkulationen, wo welches Geld... Da stehe ich dahinter. Ja, ich meine, iMac total nett eigentlich und wahrscheinlich wird der auch in der Basis-Basis-Konfiguration gekauft für diese 1.600 Euro da. Und da ist er halt auch, also wenn er halt da nicht diese 256, 8 GB Ausstattung hätte, ist er auch eigentlich ganz gut aufgehoben. Wobei das ja wahrscheinlich für die Zielgruppe einfach genau richtig ist. Weil, jetzt überleg mal, wer hat denn so ein, wer stellt sich so ein iMac hin? A, Arztpraxen, also das ist der... Oder Geschäfte insgesamt, ne? Also, ich sehe es in Arztpraxen einfach dauernd. Weil du dauernd in Arztpraxen bist. Ja, ja, ich meine, man muss ja irgendwelche besonderen Fähigkeiten muss man haben, um eine offensichtliche Arztpraxen zu besuchen. Aber, also da ist die iMac da einfach sehr, sehr, sehr hoch. Und da spielt es auch keine Rolle, weil da muss eine Applikation laufen. Und ich habe vergessen, wie sie heißt und sie ist furchtbar, aber die läuft da halt offensichtlich drauf. Und dann hast du halt vielleicht tatsächlich noch irgendwelche Storefronts, wo die dann, wo man die halt auch sehen kann. Und die andere Sache ist vermutlich, und Apple wird das wahrscheinlich halbwegs wissen, sind irgendwie so, das ist so der Computer, der im Living Room steht bei einer Familie zu Hause, die dann literally in Keynote eine Präsentation über den nächsten und letzten Ferientrip machen. Und das sind die Familien, die wir aus diesen ganzen Werbe-Keynote-Filmchen sehen, die dann sich auch noch in iMessage Sachen hin und her schicken, von irgendwelchen Bildern, die dann einfach über rüber kopiert werden. Und der eine macht es dann irgendwie auf seinem iPad mit Stage Manager und ist happy und der nächste ist halt auf dem iMac. Und da reicht es völlig. Und wenn du nicht 17 Millionen Filme drauf hast, was die Leute ja nicht machen, weil sie auf dem iMac halt noch Apple TV Plus angucken, gerade im Dorm Room oder irgendwas, wo du halt, wo das Ding groß genug ist, dass es ein sinnvoller Fernseher ist und es steht da und so weiter und so fort, macht das wahrscheinlich alles irgendwie Sinn in der Größe, der Konfiguration und mit dem Preis. Die hatten auf der Keynote dieses schöne Bild, worüber ich sehr lachen musste, wo der iMac einfach auf so einer Kücheninsel zum Kochen einfach so dabei stand. Ich sag dir eins, wenn ich eine fucking Kücheninsel hätte, würde da ein iMac stehen. Ja, weißt du, wie der aussehen würde? Wir haben noch über den verdammten HP-Schnippschnapp gesprochen, der den Akku integriert hat und den du dann einfach, diesen Only One, den du einfach so unter den Arm klemmen kannst und mitnehmen kannst, ins Wohnzimmer, stellst ihn hin. Möchte ich ja. Das wäre gut für den iMac, wäre perfekt. Gut, der iMac müsste halt Touch haben, dann wäre das noch viel spannender. Also dann wäre literally einfach überall Erdnussbutter. Aber kein Problem. Come on. Das ist doch, da kann ich so ausprobieren. Ja, das ist so ein Quatsch. Und vor allem die zwei Fensterchen da drüben mit so einem Rezept. Ja. Und dann mit der Tastatur, vor allem ist das, sie sieht auch noch aus wie die große Tastatur mit Ziffernblock, oder? So, hier nochmal ein bisschen im Business-Zimmer. Ist ohne. Ist ohne. Das Rezept mal kurz berechnen. Man muss schon mal nachberechnen, ob das alles korrekt ist. Und dann musst du irgendwie von Cups in unten in Stärholz umrechnen, wie viel man da jetzt braucht von was. Aber guck mal, die Frau, die lacht so, weil die andere hat da diesen Mac draufgestellt. Die lacht sie aus. Das ist schon sehr, sehr, sehr lustig. Ja. Naja, auf was wollte ich raus? Naja, ein Hörer hatte geschrieben, wegen Krankenhaus-IT und so den iPads. Und hat er gemeint, tatsächlich ist es so ein Ding, dass die Ärztinnen mit so iPads rumrennen, so wie früher mit einem Klemmbrett. Ja. Und da sind halt Sachen drauf, aber es sind halt hauptsächlich Web-Apps, die auf dem, weil das iPad wird nur wegen des Formfaktors gekauft. Und nicht, weil jetzt besonders viel, es gibt sicherlich auch einen Röntgenbild-Viewer fürs iPad, aber es gibt halt hauptsächlich irgendwelche Web-Apps von der Versicherung oder irgendwelchen. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ich hatte die wenigsten Leute wahrscheinlich den iMac mit der hohen Ausstattung für 3.000 Euro gekauft, so wie ich damals. Ja, das war ja eher ungewöhnlich. Ich wollte halt den großen, schönen Bildschirm. Und wenn, ich hatte auch noch den Mac Pro, den Intel Mac Pro dastehen und hab den auch eine Weile dann mit Target-Display-Mode und so verwendet, aber das war ja auch nix. Da haben sie auch immer noch nicht zurückgebracht. Könnten sie jetzt machen, machen sie aber nicht. Mhm. Ja, auf der anderen Seite ist, ich mein, was willst du denn da, also welchen Zuspieler willst du da groß noch anschließen, dass sich das Sinn, also dass das irgendeinen Sinn ergeben würde? Ja, klar. Braucht das Ding super wenig Strom? Im Vergleich, also wenn wir mal überlegen, wie dieser alte, dieser alte dicke iMac, in Anfangszeichen dicke iMac, was der an Saft gefressen hat, war ja einfach völlig gestört im Vergleich. Ja, aber ich mein, warum läuft auf dem iMac nicht auch noch zusätzlich CVUS? Warum kannst du da keine Fernbedienung mit koppeln? Ich mein, das hatten wir ja beim iMac alles mal. Früher konntest du die Fernbedienung magnetisch an die sehr dicke Außenseite des iMacs kleben. Also es war ernsthaft ja geil, wenn wir mal nochmal so drüber nachdenken, wie cool das war. Und das war ja so mindblowing für so viele Leute. Und dass du da dieses Frontrow-Ding drauf hattest. Ja, Frontrow. Frontrow, völlig bescheuert. Absurd. Aber die Leute fanden es halt mega gut und du konntest mit dieser Witz-Fernbedienung wirklich Sachen machen mit diesem Gerät. Das war völlig gestört. In dem iMac, der damals halt sowas wie 1000 oder irgendwas gekostet hat, der weiße Plastik-iMac, da war halt auch ein kostenloser DVD-Player eingebaut. Das war der völlige Knaller. Weißt du, so Studenten-WG, DVD-Player, iMac, fertig, Fernbedienung hat funktioniert. Und sogar, das war ja glaube ich der Höhepunkt von EPG-Software, war ja Elgato ITV auf dem Ding. Und dann mit dieser Fernbedienung. Ja. Es war der völlige Knaller. Ja, ja, ich erinnere mich, das war wirklich. War das ITV? Ja, ja. Ja? Ja, ja, ja. Total. Sehr gut. Ja, also, ich habe jetzt auch so ein bisschen geguckt, was gibt es denn so, was würde denn irgendwie, ich brauche, ich habe noch Platz für so ein Mac in meinem Leben, irgendwie noch ein weiterer Mac irgendwo. Natürlich, natürlich. Habe ich geguckt und ich kann aber nicht für so einen wahrscheinlich eher leicht genutzten, abseits stehenden Mac, kann ich keine 2500 Euro ausgeben. Das ist völlig albern, ja. Da fangen die Macs an. Die Macs, die du willst, da fangen sie an. Das ist schon albern, ja. Dann habe ich geschaut bei den Händlern, die haben noch nicht mitbekommen, dass es neue Macs gibt. Das heißt, die verkauften die M1 noch zu den alten Preisen, was auch nichts ist. Ich habe nur bei Apple gesehen, der Refurb-Store ist bei Apple relativ gut bestückt mit M1, beginnt so bei 1200 bis 1600, ist dann 1600 die sinnvolle Config mit einmal RAM hoch, einmal Storage hoch. Okay. Und 1600 für einen gut ausgestatteten M1 Mac sehe ich wieder ein. Ja. Ja, also der Refurb-Store bei Apple ist leider in der App nicht filterbar, was sehr bescheuert ist. Du kannst ja nicht nach Storage und RAM suchen, aber im Web kannst du das. Hat ein Hörer dann drauf hingewiesen, das geht dort. Und die müssten ja so gut wie neu sein und das passt schon. Oder wenn man noch günstiger wegkommen will, nehme ich an, dass jetzt da auch schon relativ reger gebraucht war, ein Handel mit iMacs vorhanden sein sollte, die wahrscheinlich nicht allzu sehr ekelhaft sind, abgesehen von der Tastatur und was man da halt so bekommt. Ja, ich habe jetzt in the wake of this event, habe ich so drüber nachgedacht, ob in meinem Leben nicht ein Mac Mini fehlen würde und habe dann diesen… Ach, in jedem Leben fehlt ein Mac Mini. Ja, wahrscheinlich. Die Lücke habe ich gefüllt, ich sag's dir, das ist traumhaft. Ja, natürlich. Und hier stehen ja weiterhin zwei Mac Minis, die ein Regal auf Abstand von der Wand halten. Die wurde einige zu bieten. Er war so über den Tisch gegriffen, Schongel rausgezogen. Wie habt ihr keinen unbenutzten Mac Mini auf dem Tisch? Auf dem Tisch nicht, sondern hier wirklich hier nebenan. Und theoretisch wird es ja schön, weil da gibt es mit einem M2 drin und die können ja auch ordentlich was, so ist es ja nicht. Und dann müssen wir mal gucken, was ist jetzt, wenn da so ein M3 kommt, fallen dann, dann müssen ja jetzt die M2-Preise purzeln. Und jetzt bin ich so ein bisschen, ich bin ein bisschen beleidigt, weil es kam halt kein, kein M3 dafür. Und dann guckst du halt so, was ist denn das Angebot im Refurb-Store für einen richtig netten M2 Mac Mini? Und dann guckst du halt so, Mac Mini, okay, mit M2 Pro kostet 2879 Euro. Was ist das denn für eine Ausstattung? Ja, das ist ganz weit rechts und ganz weit unten. Also da ist 4TB SSD drin und 32GB RAM und whatever. Also da ist alles drin und so sehr unscharf. Also wie gesagt, M2 Pro ist da drin, ganz weit oben. Also allein schon die 4TB SSD, come on. 4TB. Die ist wahrscheinlich allein nochmal 2000 Euro. Ja, ja, die kostet allein schon einen halben Mac Mini. Ja, genau. Und von daher, ähm, also, kein Mac Mini für mich. Ja. Aber, äh, ja. Ja. Ja, man könnte ja auch nochmal überlegen, also Apple überlegt ja auch, wie kann man mehr Geld verdienen. Ja, und was gerüchteweise natürlich weiterhin im Gespräch der HomePod mit einem iPad drauf, wo aber tvOS draufläuft. Ja. Das ist vielleicht total super oder total bescheuert oder beides. Aber ich glaube, ich glaube, dieses Gerücht, dass sie auf einem Tablet mal tvOS booten, das hört sich sehr plausibel für mich an. Ja, total. Weil, äh, das ist halt auch so grob bedienbar mit schmutzigen Fingern, wenn du gerade Gemüse geschnitten hast und solche Sachen. Ja. Ich glaube, da, da, da ist was vielleicht dran. Und sie haben ja auch, wenn du dir jetzt diese Seite anschaust, alle Modelle, welches wird deins? Ist so die Auflistung von allen Mac-Geschmacksrichtungen, die es da so gibt. Irgendwo hinter dem Studiodisplay haben sie noch den Mac Pro aufgelistet. Ja. Und, äh, das ist erstaunlich vielfältig und es gibt erstaunlich viele sehr nette Sachen. Wahrscheinlich mit Ausnahme der, der Basis-Config, die manchmal jetzt wegen dem RAM ein bisschen Shit ist. Aber sonst hast du da jetzt schon, dafür, dass der Mac wahrscheinlich tot war vor kurzer Zeit. Ja. Also abgeschrieben und iPad löst alles. Ich weiß nicht, wer da drauf gekommen ist. Aber dafür, wie, ähm, ist das jetzt doch sehr, sehr, sehr vielfältig und eine große Auswahl. Und eigentlich wahrscheinlich alle gut, mit Ausnahme der Basis-Config. Ist schon erstaunlich. Mhm. Also Mac Pro weiß ich nicht. Was, was wird denn mit dem Mac Pro? Wird mit dem nochmal was? Die werden da schon auch stehen lassen. Die werden dem halt ab und zu mal so einen neuen Chip reinstellen. Da wird sich in dem verdammten Gehäuse nichts ändern und so weiter und so fort. Also der, ne, der kriegt sicherlich so einen, so einen M3, was war das? Ultra? Mhm. Was, das fette Ding, äh, wo halt Thunderbolt 4 drin ist und weiß nicht was. Aber halt, keine Sondersperrenzchen mehr. Also wenn wir uns an den Intel Mac Pro erinnern, der einfach ein Sondersperrenzchen Deluxe war, wo sie geilen Scheiß gemacht hat. Das wird halt nicht mehr passieren. Da wird, äh, Thunderbolt 4, da ist, äh, kommt kein PCI Express rein. Das ist halt der Mac Studio mit Slots in einem großen Gehäuse für einen Premium, damit du, weil du ein großes Gehäuse und Slots und vielleicht Drag-Mountable haben willst. Und den können sie ja, also der kostet sie ja quasi nichts. den weiter, also mit ganz großen Anführungszeichen, ich weiß, da ist Engineering-Aufwand dran, den muss man schon anpassen. Das ist alles ein bisschen, bisschen komplizierter als, da müssen sie nichts für tun. Aber im Großen und Ganzen, sie müssen sich keine Gedanken um, wie viel Strom frisst der, kriegen wir das alles in das Gehäuse rein, völlig egal, alles einfach da reingießen, fertig. Ne, der ist einfach, der ist einfach, äh, unbezahlbar, weil der so politisches Kapital hat. Ja. Der wird einfach in Amerika produziert und das hilft an so vielen Fronten. Ja. Deswegen, allein deswegen muss der im Programm bleiben. Ja, wahr. Sehr wahr. Tja. Andreas fragt im Chat, wann kauft sich der Seidel den neuen und lässt ihn in ein Jahr verpackt stehen? Das ist natürlich Quatsch. Come on, das macht er jetzt nicht, sondern erst bei der Transition zu RISC-V. Ja, 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 ja. Was denkst du? Der stand wahrscheinlich heute im Apple Store wieder und hat sich einen gekauft, einfach ohne zu fragen vorher. Ja, er hat ja immer noch den kaputten Fuß. Bald wieder neue Sprechkabine wahrscheinlich, vielleicht. Ja, 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 ja. Das war's für heute.